Die MM Warburg & Co. ist seit 1798 eine unabhängige Privatbank und seit ihrer Gründung fest im Familienbesitz. Inzwischen zählt sie mit ihren zehn Standorten zu einer der größten unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Wir wollen euch jetzt ein paar Einblicke in unsere abwechslungsreiche Ausbildung beim Bankhaus Warburg geben. Denn die Warburg Bank bietet ihren Kundinnen und Kunden als Universalbank viele hochspezialisierte Finanzdienstleistungen sowie eine umfangreiche und persönliche Betreuung an. Bei bestimmten Angeboten arbeitet die Warburg Bank auch mit ihren Tochtergesellschaften oder externen Spezialisten zusammen. So legt zum Beispiel die Warburg Invest ihre eigenen Fonds auf. Das ist unsere Kassenhalle. Schon zu Beginn unserer Ausbildung stehen wir hier im engen Kundenkontakt. Dabei wird sowohl das eigenständige Denken als auch Handeln gefördert, aber auch gefordert. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ich werde Ihnen gleich unsere Anlageideen zukommen lassen. Zur Zeit bin ich im Privatbanking und betreue dort umfassend unsere Kundinnen und Kunden. Das Privatbanking ist einer der Hauptbereiche unserer Ausbildung. Einige der Aufgaben sind das Vor- und Nachbereiten von Kundengesprächen sowie einige administrative Aufgaben. Mit der Zeit bekommen wir immer komplexere Aufgaben zugeteilt, so dass wir die Möglichkeit haben uns während der Ausbildungszeit fachlich sowie persönlich weiterzuentwickeln. Gerne möchte ich euch jetzt ein paar Gründe nennen, weshalb auch ihr eure Ausbildung beim Bankhaus Warburg machen solltet. Zuerst durch die kurzen Wege und die flachen Hierarchien bekommen wir die Möglichkeit unsere Ausbildung von Anfang an aktiv mitzugestalten und unsere Ausbildungsaufenthalte teilweise flexibel zu wählen. Des Weiteren bekommen wir die einmalige Chance unterschiedlichste Abteilungen kennenzulernen. Das könnte zum Beispiel unser hauseigener Handelsraum sein, aber auch etwas speziellere Abteilungen wie zum Beispiel das Corporate Banking Schifffahrt und zudem ist es auch möglich nochmal in Tochterunternehmen der Warburg Gruppe hineinzuschauen und hier auch nochmal prägnante Einblicke gewinnen zu können. Zusätzlich zum familiären Betriebsklima und den flachen Hierarchien erhalten wir schon zu Beginn unserer Ausbildung einen Berater aus dem Private Banking als Azubi-Partner an unsere Seite. An ihn können wir uns jederzeit mit fachlichen, aber auch manchmal mit persönlichen Anliegen wenden und zudem üben wir auch regelmäßig mit ihm Kundensimulationsgespräche. Aber natürlich steht uns auch die Ausbildungsleitung und die Azubis aus den höheren Jahren jederzeit zur Verfügung, falls es mal Gesprächsbedarf geben sollte. Zu guter Letzt haben wir viele lehrreiche und manchmal auch intensive Seminare im maximalen Personenkreis von vier Auszubildenden, die uns dabei helfen, uns bestmöglich auf die Abschlussprüfung und auf das, was uns in der Berufsschule erwartet, vorzubereiten. Denn hier bei Warburg liegt der absolute Hauptfokus während der gesamten Ausbildungszeit auf dem ganzheitlichen Verstehen einer Bank und nicht etwa auf provisionsgetriebenem Arbeiten. Na, Zeit für einen Kaffee? Ja klar! Hier befinden wir uns im Ferdinandzimmer, einer der Aufenthaltsräume in der Bank. Hier an der Wand können wir die erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungsjahrgänge sehen, denn hier bei Warburg gerät keiner in Vergessenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017